Bei solchen Veranstaltungen erwartet man ja immer die ganz große Überraschung oder den Joker, den keiner erwartet hat. Diesmal hat Löw zumindest eine kleine Überraschung parat gehabt, würde ich sagen. Als Bundestrainer hat er Nils Petersen so ein bisschen aus dem Ärmel gezogen, als Stürmer, den man nicht unbedingt erwartet hat. Damit hat er auch mich überrascht. Ich habe vor zwei Monaten noch ein längeres Stück geschrieben, dass Petersen keine Chance hat. Da bin ich dann jetzt wohl mal wieder eines Besseren belehrt worden. Aber es gibt auch Argumente dafür, für ihn. Also Petersen hat 15 Tore geschossen in der Bundesliga, das bei einem Verein wie im SC Freiburg, der wirklich kein Spitzenteam ist. Da muss man das auch erst mal schaffen. Und sicherlich hat er auch einen kleinen Freiburg-Bonus, weil Löw eben Freiburger ist und sich auch viele Spiele anschaut. Eigentlich ist es verständlich, dass der Bundestrainer bei Manuel Neuer so lange wartet und ihm versucht, wirklich bis zum letzten Moment auch einen Platz im WM-Kader freizuhalten. Manuel Neuer ist schon ein sehr spezieller Torwart. Ein Torwart, der inzwischen auch einen Ruf hat, der viele Stürmer einschüchtert, gegnerische Stürmer, die auf ihn zulaufen. Dann steht da diese Kante Manuel Neuer und man fängt an zu überlegen, wie reagiert man als Stürmer. Das ist einfach ein Plus. Das hat von den anderen deutschen Torleuten noch niemand. Und dann wollen wir eben uns auch selber mal ein Bild machen. Wir haben das ja bislang nur so jetzt ein bisschen auch aus der Distanz verfolgt. Wir wollen uns selber ein Bild machen. Also ich kann ihn gut verstehen, dass er da einfach noch abwartet. Ist natürlich ein großes Risiko. Wenn wir vom WM-Held Neuer reden, müssen wir auch vom WM-Held Mario Götze reden. Der ist nicht dabei. Und das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich hatte damit gerechnet, dass er nominiert wird. Löw sagt, es sei nicht seine Saison gewesen. Das stimmt zwar, aber er hatte auch durchaus weitaus schlechtere Saisons, wo er dann auch bei Turnieren noch dabei war. Götze ist ja immer eher so ein Typ für die besondere Situation im Stichwort WM-Finale. Das wäre sicherlich bei diesem Turnier auch noch mal möglich gewesen. Aber offenbar ist die Geduld von Löw mit Götze auch an einem Ende angekommen. Und er hat ja auch andere Optionen.